Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabian und neben mir steht der Richard von Image Town. Wir sind jetzt hier in Friedrichshain, Berlin, stehen vor einem 40 Quadratmeter Apartment und der Richard zeigt mir, wie ich mit dem iPhone Bilder hier machen kann zum Vertrieb. Und zwar nicht nur normale Bilder, sondern auch gerade die Bilder, die am überzeugendsten und natürlich am werblichsten für eure Immobilien sind. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein. Gehen wir rein. Ja, Fabian, wir haben ja hier einen schönen Altbau, 40 Quadratmeter, aufgeteilt in drei Räume. Wir haben ein Bad, wir haben einen großen Aufenthaltsraum, wir haben ein Schlafzimmer und natürlich das Highlight, der Balkon. Und eine super Lage auch. Eine super Lage, hier in Berlin Friedrichshain, ja, gerade auch für junge Leute sehr interessant. Die wollen ja eigentlich alle her. Also da jetzt noch mit den besten Fotos, ja, die besten Mietpreise, in dem Fall hier Mietpreise zu zielen. Ideal. Ja, fangen wir mal direkt mal an. Ja, Step Nummer 1 in dem Fall ist sozusagen erstmal Licht überall reinfallen lassen. Überall auch das Licht anmachen, also alles, was wir hier wirklich an Lichtquellen haben. Kleine Lampen, große Lampen, alles an. Wir haben jetzt hier einen Teppich, der sollte natürlich auch gerade sein. Wir haben ja jetzt eigentlich eine schön aufgeräumte Wohnung. Wir haben Licht draußen. Die Sonne knallt hier nicht zu krass rein. Also ideale Bedingungen, um richtig geile Fotos zu machen, ja. Und willst du denn auch so in der Abendsonne dann eher als tags, mittags um zwölf? Ja, also du kannst jeder Tagszeit natürlich Fotos machen. Ja. Wenn du jetzt aber nur ein Smartphone hast, bist du auch in gewisser Weise limitiert. Im Sinne von, du willst ja kein Stativ mitnehmen, du willst kein extra Licht-Equipment mitnehmen. Ja. Sondern es wirklich so einfach wie möglich auch für dich so schnell wie möglich erledigen. Ja. In dem Fall suchst du dir dann einfach einen schönen, sonnigen Tag raus. Das kann ruhig ein bisschen bewölbt sein. Und machst überall das Licht an. Das haben wir jetzt gemacht. Du räumst überall auf. Sorgst dafür, dass hier nichts rumsteht. Dekorativ kannst du das hier gerne nochmal mit kleinen Pflanzen, Blumen etc. ausstatten. So, und dann kannst du auch schon loslegen. Dann gebe ich dir mal mein iPhone, Richard, und zeig mal, was du kannst, ja. Ja. Du hast ja hier ein sehr schönes Handy, was halt auch die Funktion einer Weitwinkelkamera. Ja, unterstützt. Wichtig ist, bevor wir auch anfangen, gucken wir uns lieber nochmal die Kamera an, dass auch nichts verschmiert ist. In dem Fall haben wir uns heute gut vorbereitet. Ja. Alles ist sauber. Sehr gut. Und wir stellen jetzt hier in dem Fall auf die weitwinkligste Kamera das ganze Handy ein. Je nach Modell von dem Smartphone ist das ja natürlich auch unterschiedlich. Ich empfehle da wirklich, sich ein Handy rauszusuchen, was auch eine weitwinklige Kamera schon implementiert hat. Weil so können wir auch gerade kleine Räume, ich meine, wir sind hier bei 40 Quadratmetern, das ist nicht die allergrößte Wohnung, wirklich sehr schöne, gut in Szene gesetzte Bilder produzieren. Wir haben hier die Eingangssituation mit der Küche und ich suche mir immer gerade auch die Linien, ja, dass die gerade sind. Und wichtig dabei zu beachten ist im Endeffekt, dass du die horizontalen und die vertikalen Linien relativ gerade hast. Also du hast ja auch so ein Grid. Und wenn du es dir jetzt mal genau anschaust, versuchst du ungefähr, gerade auch hier die Kanten, zum Beispiel an der Decke, an der Wand, ungefähr mit den Linien, die du hier in der Mitte hast, zu matchen und das machen wir jetzt einfach mal, halten halt das Handy relativ gerade. Live-Aufnahme aus oder an? Schalten die gerade nämlich an? Die kann ruhig an sein. Okay, ist egal. Prinzipiell ist es eh egal, weil die Bilder, die kannst du dann nochmal auf dem Handy in diversen Apps nachbearbeiten oder auch, das können wir uns nochmal im zweiten Teil angucken, auf dem Computer. Da hast du dann nochmal mehr Möglichkeiten als jetzt auf dem Handy. Okay. Beziehungsweise gibt es auch schon mittlerweile sehr gute Apps, wo du halt auch dich nochmal in den Lichtern, in den Tiefen, in den Kontrasten etc. gut austoben kannst. Du kannst, je nachdem, je nach Situation, kannst du auch ruhig ein bisschen tiefer gehen, so dass du auch gerade ein bisschen weniger Decke auf dem Foto hast. Das heißt also, wir haben jetzt ja hier unsere Couch, wir haben den Fernseher, wir haben die zwei Fenster und wenn wir da so ein bisschen nochmal runtergehen, so haben wir dann einfach nochmal ein bisschen mehr von dem Boden drauf und machen da jetzt nochmal zwei Fotos. Zack. Und im Gegensatz, ich mache jetzt auch nochmal eins aus der normalen Höhe, seht ihr ja, das wirkt schon mal anders. Was hast du hier für Special Tricks? Special Tricks, wir haben hier einen sehr coolen Spiegel, ja einen sehr schönen Spiegel, der Spiegel macht den Raum größer, das können wir uns auch zu Nutze machen. Wenn wir jetzt hier so eine Situation mit einem Spiegel haben, gucke ich mir, ich bin hier jetzt im Live View drin und gucke so ein bisschen, okay, was kann man jetzt alles hier mit drauf nehmen. In dem Fall wollen wir ja das Bett bestmöglich präsentieren. Ja. So und gucke jetzt so, wenn ich jetzt weiter nach links gehe, wenn ich jetzt weiter nach rechts gehe, wo habe ich jetzt hier nochmal den Spiegel mit drauf. So, in dem Fall ist das jetzt hier in dieser Position. Orientiere mich wieder so ein bisschen an den Deckenlinien, an den Horizontalen, an den Vertikalen. Achte darauf, dass alles gerade ist und mache mein Foto. Wieder auf Brusthöhe. Wieder auf Brusthöhe, genau. In dem Fall brauchen wir jetzt hier von unten nicht das Foto machen, weil sonst einfach das Bett viel zu prägnant in dem Bild wäre. Wenn wir sehen, was unten im Bett ist, ist wieder keiner besser. Das wollen wir in dem Fall nicht sehen. Wer weiß, die ein oder andere Nacht ist ja auch einiges über. Das brauchen wir natürlich nicht auf dem Foto. So und dann pro Raum empfehle ich immer zwei Bilder aus zwei verschiedenen Perspektiven. Auch jetzt gerade so in kleineren Räumen kriegst du sehr viel, wenn du eine weitwinklige Kamera an deinem Smartphone hast, kriegst du sehr viel rauf. Da brauchst du auch nicht mehr als zwei Bilder. Und dass man so die Kamera komplett in die Ecke so reinhält, macht das manchmal Sinn oder braucht man das nicht machen? Also komplett in die Ecke halten, du kannst dich halt sehr knapp an der Wand positionieren. Das macht natürlich durchaus Sinn, weil je mehr du natürlich dich entsprechend an der Wand ranstellst, desto mehr kriegst du natürlich auch auf dein Foto rauf. Und in dem Fall wollen wir das ja auch. Wir wollen ja den Raum so groß wie möglich. Mehr Quadratmeter, mehr Verkaufspreis. Exakt, so sieht's aus. Der ein oder andere Interessent interessiert sich durchaus auch für das Treppenhaus. Auch wieder hier haben wir immer dieselben Spielregeln. Wir können hier wieder in eine tiefere Perspektive gehen, sodass wir mehr die Treppe wahrnehmen. Wir haben jetzt auch hier eine Gegenlichtsituation. Das heißt also, das Licht durch das Fenster kommt hier rein. Deswegen ist das so ein bisschen ausgebrannt. Wir haben hier das Licht im Treppenhaus an. Das ist schon mal gut, also auch immer generell so viel Licht wie möglich entsprechend anzuhaben, damit auch die Kameras in den Smartphones heutzutage, auch wenn sie schon sehr gut sind, noch besser sich anfangen. Genau, dass wir das entsprechend das Rauschen, so weit es geht, halt auch reduzieren können. Hier sind wir in einem traumhaften Hinterhof. Super hell, grün. Schön, ja. Was möchte man mehr? Ich gucke mir an, wo hier natürlich die Wohnung ist. In dem Fall kommen wir jetzt ja aus dem ersten OG. Das heißt also, ich positioniere mich auch so, dass ich entsprechend diese Wohnung auf dem Foto, was ich jetzt machen werde, drauf habe. Und hier sollte man darauf achten, dass man nicht die Kamera kippt, so. Ich mache mal jetzt ein Beispiel, dass man das auch sehen kann, sondern wirklich die geraden Linien hat, gerade auch in dem Fall, um bestmöglich das Gebäude einzufangen. Hier kann man dann entsprechend sich auch für die Hochkantvariante entscheiden. Last but not least, was ich auch immer auch sehr gerne mache, ist so ein sehr kreativer Schuss, positionierst dich halt in einem Hinterhof, wo du an allen Ecken auch was von dem Gebäude siehst und hältst dann die Kamera einfach nach oben, Richtung Himmel. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Und das ist wirklich eine sehr kreative Perspektive und man möchte ja auch ein bisschen auffallen. Und gerade, wenn man auch ein schönes Gebäude hat, was in einem guten Zustand ist, kann man auch gerade mal die ein oder andere Perspektive wählen, die der Normalo nicht wählen würde, um natürlich auch aufzufallen. Im Endeffekt geht es ja auch darum, auffallen. Großes Mehrfamilienhaus und auch wieder wichtig an der Stelle, wir wollen natürlich auch die Wohnung auf dem Fassadenbild haben. Das heißt also, es würde jetzt an der Stelle nicht so viel Sinn machen, das Haus von der anderen Ecke zu fotografieren, sondern auch da zu bleiben, wo natürlich die Wohnung ist. Und auch hier wieder ganz wichtig, wir wollen das Bild nicht so kippen, sondern wir wollen wirklich, dass die Linien horizontal wie vertikal natürlich alle gerade sind. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das alles entwickelt, wenn ich die Bilder jetzt noch besser machen kann, beziehungsweise wenn wir die Bilder noch besser machen können. Und was passiert jetzt mit den Bildern noch? Ja, die Bilder werden natürlich nachbearbeitet. Und 80 Prozent von dem, was ein Bild ausmacht, passiert in der Nachbearbeitung. Das heißt also, den eigentlichen Kern, den gucken wir uns jetzt nochmal in einem zweiten Teil an, in der Nachbearbeitung. Danke, Freunde, fürs Anschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Richard, dann schreibt einfach unter dieses Video. Und du hast ja auch noch eine Checkliste, gell? Wir haben noch eine Checkliste, genau. Die stelle ich dir auch nochmal zur Verfügung. Die gibt es auch auf unserer Webseite. Ganz einfache PDF könnt ihr euch runterladen, entsprechend bei euren eigenen Wohnungen umsetzen. Und da habt ihr immer eine 1 zu 1 Anleitung, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, wenn es dann um das Thema Immobilienfotografie geht. Dazu mache ich euch auch unter das Video. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Shots braucht in Berlin hier, der Mann steht gern zu eurer Verfügung. Und euch alles Gute, viel Erfolg und viel Erfolg bei euren Fotos. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns Subscribe da und Like. Bis dahin.